Wunderschönen guten Morgen aus Koh Samui. Ja, es ist der letzte Tag heute auf der Insel. Morgen geht es dann weiter. Und was habe ich heute vor? Ja, das sage ich heute mal nicht, weil es könnte ja sein, dass der Tag wieder ganz anders verläuft als geplant. So ist es ja gestern passiert. Also man sieht sich bis gleich. Tschau. Es ist schon wieder halb zehn. Jetzt gehe ich wie gewohnt jeden Tag zum Strand, zum Massieren, zum gemeinsamen Frühstücken und dann sehen wir, was der weitere Tag bringt. Mal schauen, ob er so verläuft, wie man vorstellt. Also mir kommt es heute so vor, also viel weniger Leute am Strand. Ich glaube, da sind schon einige abgereist. Es finden auch viel weniger Flüge von Bangkok nach Koh Samui zurzeit statt. Stunden später haben wir einen kleinen Zeitsprung gemacht. Jetzt geht es zum Overlap. Stone und da muss man da unten parken. 20 Quad muss man zahlen. Aber vom Parkplatz bis zum Stein sind es angeblich nur fünf Minuten. Also alles halb so weit. Das war so weit. Ich glaube, da war das, was der Tag... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das ist toll, hat mir gut gefallen. Lohnt sich auf alle Fälle hierher zu kommen. Ist nicht überlaufen und man hat einen fantastischen Ausblick auf den Strand. Jetzt werde ich noch an den Strand zum Baden fahren und dann gibt es vielleicht erst Bilder dann wieder von heute abends. Aber nicht viel. Das lassen wir dann langsam ausklingen. Schaut es mal an, wie der Baum gewachsen ist. Auf den Felsen hinauf. Urige, sieht man auch nicht oft. Schauen wir es mal ein bisschen genauer an, wenn wir schon da sind. Klassische, was die Natur nicht alles vollbringt. Das ist das letzte Bier im Hotel. Es war ein ganz netter Tag. Entspannt. Einiges gesehen. Jetzt geht es dann auch abends weg. Ja, und dann geht es morgen schon in der Früh um 10.25 Uhr zurück nach Bangkok. Jetzt ist im Hotel das Wasser ausgefallen. Jetzt kann ich nicht einmal duschen. Aber das könnte man vorne an der Rezeption, wo es jeder duscht, das will ich eigentlich gar nicht. Darum gehe ich jetzt noch zum 7-Eleven und kaufe mal ein, zwei Wasserflaschen und dusche mich dann damit. Kann vorkommen, warum nicht? Muss man locker sehen. Das war ein ganz netter Tag.